iWork 11 kostenlos und benutzerfreundlich. Nach langem Warten haben wir endlich die neue Version von iWork von Apple zum Test bekommen. Sie heißt iWork 11 und soll ab nächster Woche im App Store erhältlich sein, und zwar kostenlos. Apple liefert die wichtigsten Funktionen mit. Zusätzliche Funktionen können aus dem Programm hinzugekauft werden. Das geschieht, wie am iPhone oder iPad, über In-App-Käufe, die Apple auch auf dem Mac App Store einführt. Schauen wir uns kurz die neuen Versionen von Pages an. Bei unserer Beta-Version sind die Sprachen noch ein wenig durcheinander. Dies wird natürlich noch in Ordnung gebracht. Beim Start sehen wir die Vorlagenauswahl. Hier hat Apple die Oberfläche ein wenig vereinfacht. Wir wählen alle Vorlagen und schauen uns das Angebot an. Neben den kostenlosen Vorlagen liefert Apple jetzt auch zusätzliche Vorlagen mit, die sie kaufen können. Und so funktioniert der Kauf. Wählen Sie eine Vorlage. Uns gefällt Modern Letter. Sie kostet 1,29 Euro. Klicken Sie dann auf Kaufen. Ein Dialogfenster des Mac App Store öffnet sich. Geben Sie Ihre Apple ID und Ihr Kennwort ein. Die Apple ID entspricht normalerweise Ihrem Account, den Sie in iTunes angelegt haben. Klicken Sie nach dem Login auf Kaufen und die Vorlage wird in Pages geöffnet. Mit dieser Vorlage können Sie sofort arbeiten und die gängigsten Textverarbeitungsmöglichkeiten nutzen. Wenn Sie beim Schreiben ein wenig Arbeit sparen möchten, nutzen Sie die Funktion Kopieren und Einsetzen, auch Copy-Paste genannt. Diese Zusatzfunktion für Fortgeschrittene können Sie während der Arbeit über das Menü kaufen und sofort nutzen. So geht's. Schreiben Sie einen Text. Wählen Sie dann den Bereich aus, den Sie kopieren möchten. Öffnen Sie das Menü Bearbeiten oder Edit. Wählen Sie den Eintrag Kopieren oder Copy und klicken Sie auf Kaufen. Auch hier erscheint das Anmeldefenster für den App Store. Geben Sie auch hier Ihre Apple ID ein und klicken Sie anschließend auf Anmelden. Wählen Sie jetzt aus dem Menü Bearbeiten den Punkt Einsetzen. Der Button zeigt an, dass Sie diese Funktion installiert haben. Der Text, den Sie kopiert haben, wird jetzt in Ihr Dokument eingesetzt. Der Text, den Sie kopiert haben, wird jetzt in Ihr Dokument gesetzt.